Jo, es gibt 6 Missionen. Und schon wieder tot. Oh man, das wird schwer. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Ja, ich bin nicht mal drin und werde schon getroffen. Cool. Nee, ich kürze mich hier auf. Falls jetzt weniger Schaden nehme ich. Sollte ich die Kappe halten. Hier versuche ich jetzt einfach nur noch durchzuzickern. So gut es halt eben ging. Ja, natürlich, da gibt es jetzt Gas. Boah, jetzt darf ich die Scheiße ohne Panzer spielen. Fuck. Einfach mal einsammeln, ne? Ey, ich töte ihn und ich werde dabei auch noch getötet, ey. Durch, durch, lass mich durch. Motor, bye. Huh. Nur noch die stinknormale Knarre. Oh, natürlich. Natürlich. Natürlich jetzt in die Richtung. Er hat sich, er hat sich schon wieder nicht bewegt. Was ist denn die Scheiße? Ey, langsam wird es mir mit der Steuerung echt teilweise auf den Sack. Jetzt bin ich wieder einen unnötigen Tod gestorben, ey. Schon zwei oder drei mindestens, weil er sich nicht bewegt hat. Weil der durch den Camp-Controller leicht, weil der durch den Controller leicht nach oben oder unten geneigt ist, kann er sich dann natürlich nicht mehr nach rechts oder links bewegen. Das wird nicht schön. Er hat sich schon wieder nach rechts bewegt. Ich wollte nur nach links laufen und der geht kurz nach rechts und bin schon wieder tot. Da durch. Dann ging es. Klar, kumpel. Hallo. Siehste, er wollte schon wieder kriechen. Er wollte schon wieder kriechen. Hallo. Ich steh' mitten in denen drin. Was macht er? Er schießt einfach fett daneben Anstatt die zu messern oder zu schießen Nee, er macht einfach gar nichts Und schon wieder, ey, komm ey Langsam kannst du dich doch mal so richtig am Arsch lenken Dich ficken und auch immer Boah, geht das mir jetzt langsam echt auf den Sack Vielleicht sollte ich es doch mal mit Maus und Tastatur Einfach nur mit Tastatur spielen Vielleicht ist es besser Ich probiere es einfach beim nächsten Mal Kann wenigstens der Scheiße nicht passieren Wenn ich es ständig habe Und schon wieder tot Wo soll ich da auch hin? Es kommen viel zu viele Gegner Ja, cool, thank you und gibt mir gar nichts Danke, Arschloch Hätte ich auch nicht gebrochen können Extra Leben wäre schön Ach ja, mach jetzt die Brücke kaputt Juhu Ich hab noch zwei Leben Wenigstens schon mal ein mehr als gerade, ne? Eigentlich habe ich schon mehr gehabt Wooh! Oh, war das knapp Man muss da wirklich ab und zu rausgehen Damit man den scheiß Schüssen ausweichen kann Anders geht's nicht Das ist der Panzerschrot Fahreck doch einfach Knappel Scheiße Letztes Leben nicht gut Knappe Kiste ist das die ganze Zeit Wie lang geht das Level noch? Anders haben wir keinen Bock mehr Ich habe nur noch ein Leben Oh cool Ich kann nicht sagen, hier ist der letzte Boss Ich habe nur noch Ich habe kein Stück Leben Da ist er ja Oh fuck, keine Keine Granaten mehr Wie sollte ich dem jetzt ausweichen? Natürlich im Metzenhelfer kackt Guten Hier sind wir wieder Und diesmal Mit Maus und Tastatur Ach Nur mit Tastatur Wie so leckt es Hat nur 30 FPS Bringt euch wieder da Alles klar Alles klar Miau Jetzt ging Kann sein, dass es immer noch etwas langsamer läuft Aber ist jetzt nicht so schlimm Auf jeden Aus irgendeinem Grund hat sich So ein bisschen Hier Fraps umgestellt Dann bist du das Nico zurecht Rücke Alles klar Und dann geht es weiter Tchuuu Tchuuu Yay, wurde mal nicht getroffen Nert 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 Nöt, nöt! rocket launcher und ich habe das erste level diesmal das erste level ist ein kinderspiel danach darauf erst mal ein stück stolzschokolade was die bei jedem scheiß granaten werfen müssen schranken hoch durchgehöhlen ich habe mich nicht gedrückt 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 Ich spüke schon alle ins Wasser. Und schrottfeln sie durch das Genio. So weit läuft es doch halbwegs gut, oder? Und langsam weiß ich was ich machen muss, aber gut, dass es hier eine Pause und Taste gibt, mal die Nase putzen. So weit. Okay. Weiter geht's. Ich glaube hier ist das schwere Maschinengewehr besser. Nachher übrigens auf leicht will ich gar nicht probieren, denn ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube hier nicht, aber bei einem anderen Metal Slug war es schon mal so. Hat es auch leicht gespielt, hat es so ein endlich schweres... Fuck. Maschinengewehr. Und da ist mein erster Tod. Ich glaube ich muss die Einstellung neu einstellen, ich habe viel zu wenig Leben eingestellt. five. So.